Die niederländische Polizei hat bei einer Drogenrazzia in der Garage der Eltern des ehemaligen Ringe-Weltmeisters Juri van Gelder 2,4 Kilo getrocknetes Marihuana gefunden. Die Drogen waren fachmännisch gelagert. Außerdem fand die Polizei in dem Haus in Walbeek eine stillgelegte Hanfplantage. Die Polizei erklärte, dass ausschließlich gegen die Eltern und nicht gegen Juri van Gelder ermittelt werde. Der Fund übersteigt erheblich die in den Niederlanden erlaubte Menge. Wenn die Eltern schuldig gesprochen werden sollten, können sie zu einer Geldstrafe verurteilt werden. Auch kann der Bürgermeister von Walbeek das Wohnhaus für sechs Monate versiegeln. Der in den Bosch lebende Ringe-Spezialist erklärte gegenüber niederländischen Medien vollkommen überrascht zu sein. Er ist in nichts über Drogenaktivitäten seiner Eltern. Der Lord of the Rings, 2005 Weltmeister und Sportler des Jahres, war 2009 bei den niederländischen Meisterschaften positiv auf Kokain getestet und für ein Jahr gesperrt worden. Bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro wurde van Gelder wegen Alkoholkonsums aus der niederländischen Mannschaft ausgeschlossen und musste abreisen. Seitdem trainiert der heute 35-Jährige allein mit dem Ziel Olympia-Teilnahme 2020. Untertitelung des ZDF für funk, 2017